Was geht an das Haus? Hängt er so rum, oder? Hängt er richtig. Was liegt an Keule? Hängt er richtig? Was liegt an? Na, was geht ab Keule? Das hängt recht. Nach links? Hängt er richtig? Ja, dann hängt er nicht. Mama, hast du mich angerufen? Ah, scheiße, jetzt war hier. Tattoo total. Das schneiden wegen Ton. Ja, was geht, Bruder? Das war's, was Bock? Oh, scheiße. Bombangriff! Bombs away, bitch. Na, was geht ab Keule? Alles klar in der Hose. Mama, hast du mich angerufen? Ja, ich wollte ein bisschen abhängen. Hast du Bock? Das kam ziemlich gay, glaube ich. Das ist der Grund, warum ich mich angerufen... Ja klar. Was geht ab Keule, alles? Senkrecht. So schwer kann es eigentlich nicht sein, gell? Aber gut. Hängt er ein bisschen bei mir ab, oder was? Wieso? Du musst mich angucken. Ich muss das erst sagen. Und dann musst du sagen, hängt er ein bisschen bei mir ab. Okay. Okay. Yo, es geht ab Keule, hängt er richtig? Ja, ein bisschen nach links, aber sonst geht's. Naja. Und? Ich muss sagen, ja stimmt. Ich muss sagen, warum hast du mich angerufen. Okay. Okay. Ey, yo, ich bin Funky Funky Flo. Nee, bist du nicht. Du bist Funky Junk. Du sagst dann, du begrüßt dich. Geh dir doch mal deinen Text. Dickdarm von Madonna auf dem Vestball-Prob. Beschaffen haben wir, beschafft mir. Komm, du musst dich schon an den Text halten. Viel Yo und Homie einbauen. Gut, nicht so weit, komm. Ja. Dann sagst du, mach einen Abflug. Ja, genau. Komm. Yo, ich bin Funky Chunky und ich ficke alle Lebensmittel außer Bambi. Lebensmittel. Lebensmittel. Lebens, äh, Lebewesen. Lebewesen. Du, ich ficke auch Lebensmittel. Ich kann euch sogar den Dickdarm von Madonna in einer scheiß Vespa-Packung dafür anbieten. Du meinst Feshpa-Box. Feshpa-Box. Sag Feshpa-Box. Wieso, wieso brauchen wir die scheiß Vespa-Box? Feshpa-Pock, schön eingebackt, äh. Pah, ein Abflugmann. Schön verpackt in einer Vespa-Packung. Feshpa-Box. Okay, komm, wir machen alles einzeln. Jo, ich kann euch den Dickdarm von Madonna schön eingepackt in eine Vespa-Box anbieten. Scheiß Zungensprecher. Feshpa-Box. Das checkt doch niemand. Feshpa. Feshpa-Box anbieten. Ich weiß, dass man Feshpa ist. Ja, deswegen sag's doch genauso. Wer bist du eigentlich? Jo, ich bin Funky Monkey. Warten, lass nochmal zwei Sekunden warten, äh, nicht das... Hallo? Hahaha. Lass nochmal zwei... Zwei Sekunden warten, bis du antwortest, okay? Jo, ich bin Funky Junkie und ich hab alle Dunkey-Kunkey schon gefickt und deine alte Bambi mach ich auch doch dick. Das wird voll der Hit. Nicht schlecht, aber versuch's nochmal nach Drehbuch, aber es war schon nicht schlecht, ja. Jo, ich bin Funky Junkie und ich ficke alle Lebendwesen außer Bambi. Am Biohund? Natürlich Monkey Junkie. Wer bist du eigentlich? Jo, ich bin Junkie Funky und ich ficke alle Lebendwesen... Funky Junkie, nicht Junkie Funky. Funky Junkie. Und versuch, wie gesagt, mit dich zu bleiben. Ich geh mal pissen. Wirst du ein bisschen Crystal? Oh man. Ich geh mal pissen. Du wirst mich vermissen, denn ich nehm Crystal auch von dir. Willst du's? Die Käfer rammelt wie ein Stier. Dave. Jaja, ich komm gleich. Ich kann's dir mit dem Arsch besorgen. Du musst mir nur ein bisschen Crystal Meth bohren. Okay. Ach, jetzt kommen wir nicht mit Plutonium und das ist mir das 2015 in jeder Apotheke be... Du nimmst die ganze Sache ganz... Mann! Fuckin' hell! Da ist der Wurm drin, ne? Naja, voll! Bullshit. Das ist nur der Versuch, Sega schlecht zu fucken. Fick Nintendo schlecht. Und versuch auch ein bisschen lauter zu reden, weil du rufst ja raus zu mir. Weißt du? Das ist gar nicht der Punkt. Es geht einfach nicht, dass es scheiße ist. Reden wir eigentlich vom Sega Master System gegen NES oder Power Drive gegen Fuck Fick Ficky? Reden wir eigentlich vom Sega Master System... Reden wir eigentlich vom Sega Master System gegen Smegafuck oder Fick? Aber Fick! Reden wir eigentlich vom Sega Master System gegen Super Nintendo oder gegen SF... Hab den... Reden wir eigentlich vom Sega Master System gegen Super Nintendo? Ich hab irgendwie... Ja und was bringen wir 32.768 Farben, wenn's da für... Fuck... Ja und? Was bringen wir 32.600... Ne... Das kann doch eh nur 500... Ah! 256! Ja... Was bringen wir denn die Zweita... Was bringen wir denn 32.768 Farben, wenn's nur 6 sind? Final Cut! Wir sind hier Professional Bullshit, man! Das Mega Drive sieht optisch vom Design her tausendmal cooler aus... Aus... Vom Design her tausendmal cooler aus... Scheiße, warum verspreche ich mich denn so behindert? Ja Roger, du musst aber jetzt schon zugeben... Von desa... Also rein vom Design her sieht das Mega Drive tausendmal cooler aus... Cooler aus! Mann! Fickfuck! Fickpisser! Bäm! Das war die Stimme weg, deswegen... Du hast mich heute früh angerufen... Es war angeblich so dringend... Was denn? Nicht so voll lachen... Ey Roger, jetzt warte mal... Warum hast du mich heute früh angerufen? Warum hast du mich heute früh angerufen? Warum denn? Ich weiß es nicht, Mann! Warum hast du mich heute früh angerufen? Was war so dringend? Ich weiß nicht was los... Johnny! Wir haben nicht so viel... Sorry, Mann! Ja! T... Cathy... Ich weiß nicht, Mann! T! Was 치러? Revolution! Ich glaub,ίνe das ist dort ein bisschene... Bist du ihm! E! Taọt.